Der UEFA Women's Cup 2003-04 war die dritte Ausspielung des europäischen Meisterwettbewerbs für Frauenfußballvereine. Im Finale in dem UMI-AEK zum zweiten Mal nach 2001-02 auf den 1. FFC Frankfurt traf, setzten sich die Schwedinnen diesmal deutlich mit insgesamt 8 zu 0 Toren gegen den deutschen Meister durch. Die Vertreter aus der Schweiz und aus Österreich schieden bereits in der ersten Runde aus. Qualifikation Zwölf Landesmeister wurden auf drei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger erreichen die Vorrunde. Turnier in Novo Mesto. Der belgische Meister Eskalé Bekalzt verzichtete auf die Teilnahme. Turnier in Skopje. Turnier in Osjeck Vorrunde. Die Sieger der drei Qualifikationsgruppen. Die 28 übrigen Landesmeister und der Titelverteidiger werden auf acht Gruppen zu vier Mannschaften aufgeteilt. Eine der vier Mannschaften jeder Gruppe fungiert als Ausrichter. Die Gruppensieger erreichen das Viertelfinale. Turnier in Babuysk. AE Legina ist aufgrund des direkten Vergleichs zweiter. Turnier in Omer. Slavia Prag ersetzte Sparta Prag. Spartas Meistertitel 2003 wurde wegen des Einsatzes einer nicht spielberechtigten Akteurin aberkannt. Turnier in Voronezh. Turnier in Tschernigolf. Turnier in Bilbao. Turnier in Sassenheim. Viertelfinale. Halbfinale. Finale. Turnier in Bilbao. Turnier in Bilbao. Vielen Dank.